Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung über Handballfreunde, meine Meinung SG Florsberg, Handwirt, Entschuldigung, eure Handballteams ist nicht richtig gut aussprechen. Ich habe mich auch über Sprachbehinderung, klar sage ich oft das, aber ich habe mich auch an Sprachbehinderung. SG Florsberg ist sehr interessant, was diese Leistung machen als Beispiel. Echt krass drauf, Florsberg, genauso gut wie Kiel und Foxy Berlin, genauso stark wie auch Florsberg. Handwirt, wie das auch spricht, weiß ich nicht, aber jedenfalls, dass es genauso gut ist. Handball von Bundesliga immer spannend, immer. Echt krass drauf. Das ist meine Meinung großartig, aber das Problem ist, ich kenne Handball nicht aus. Deswegen weiß ich auch weniger wie sonst wie Fußball was ich rede. Florsberg finde ich einfach ein lustiger Verein und es ganz gut gespielt ist. Ich habe schon mal gehört von Sport 1, mehr ist es auch nicht. Bundesliga von Handball, zweite Liga von Handball. Ich kenne Handball nicht sehr gut aus. Ich kenne gar nicht aus. Handball, ich habe null Ahnung. Teilweise habe ich Ahnung, teilweise habe ich keine Ahnung. Mittelmäßig habe ich Ahnung. SG Florsberg finde ich, angesichts des guter Verein ist. Ja, ist guter Verein, würde ich gerne mal einfach freuen und dieses Spiel mal hingehen. Da war ich auch noch nie. Von Florsberg, Handwirt, Handwirt oder Landwirt, keine Ahnung. Ich schreibe bitte Kommentare rein, wie das genau ausspricht. Ein kurzeres Wort. Ich weiß nicht, wie das aussprechen. Aber Florsberg, kann ich aussprechen, ist eigentlich ein guter Verein. Das mehr Punkte machen und Siege, das in der Zand ist, das übertrieben geil ist. Und das immer noch beste Stimmung von Handball. Das war meine Meinung von SG Florsberg, Handwirt, Handwirt, keine Ahnung, wie das ausspricht. Aber jedenfalls, das ist meine Meinung. Kann ich gerne mir abonnieren. Finanzberg, SG Florsberg, kann ich gerne mich abonnieren. Fans, Mitarbeiter, Trainer, Skidristen, Spieler, kann ich gerne mich abonnieren. Klocke, Kirsche, Almachen Kirsche Klocke, Kirsche, Almachen Ein Daumen Ein Däumchen mit dem Gräumchen Und auch noch eure Meinung von Frenzberg oder Handball, Basketball oder Fußball eure Meinung in Kommentare reinschreiben Basketball nehme ich noch auf Viel Spaß von diesem Video von SG Frenzberg